Hallöle Leute und herzlich willkommen hier zurück zu Lufia. Wir haben in der letzten Folge die Wahrheit über Iris erfahren. Solltet ihr sie nicht kennen, guckt sie euch doch einfach nochmal an. Und jetzt sind wir hier eigentlich auf der Suche nach einer neuen Aufgabe. Diese Frau kam vor einiger Zeit hier vorbei und ging dann Richtung Westen nach Chada. Okay, gut. Da habe ich meinen Hinweis. Richtung Westen nach Chada. Aber vorher ein paar Wale. Wale, Wale, manche Strecke, das zum Zwecke der Wahl vergehe. So ist es. Ich mache meinen Abgang. Hatten wir hier oben nicht? Nicht das. Das war das Ding vom Rache-Tempel. Das hier. Das war doch das Tor Chada oder so. Unterwasserhöhle Chada. Ne, da ist dann mal doch dicht. Okay. Wahrscheinlich geht das Ding auf, wenn wir in Chada fertig sind. Aber das ist ja auch Nordwesten. Dann strafen wir einfach mal hier straight nach unten. Das könnte doch richtig sein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier würde ich sein. Sehr nice. Okay. Freunde, das ist Chada. Sieht so aus, als würde der Vulkan bald ausbrechen. Das klingt nicht gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Wie kann ich euch helfen? Ja, du könntest mir mal das Spiel ein bisschen speichern. Da hätte ich sicher nichts gegen. Das können wir gerne machen. Hier brauchen wir nichts. Ne, da sind auch keine anderen Leute drin. Grüß, Schwesterchen, hat gesagt, dass wir den Drachen bald besiegen müssen oder die Stadt ist verloren. Nein. Ungegentlich lebt im Vulkan ein grausamer Drache. Dieser Drache ist die Inkarnation des Feuers. Man sagt, er sei der Feuerdrache aus der Hölle. Okay, der Feuerdrache aus der Hölle. Warum bin ich hier im Itemladen? Was will ich denn im Itemladen? Von allen Läden ist der Itemladen, glaube ich, der, den ich am allerwenigsten brauche. Ruft mich, wenn ihr euch für was entschieden habt. Ja, ich wette, das kriege ich hin. Vielleicht entscheide ich mich mal für das Megaschwert hier. Womit wir einfach 70 Angriffspunkte mehr kriegen. Oder Seelan, der Zirkonstab. Oder ist der Rundegen noch? Ne, Rundegen ist nur für die Dame. Bomber trifft alle Gegner. Ne, machen wir nicht, aber Zirkonstab für Seelan. Ist schon stark, der Rundegen, aber ich behalte Atheas Bogen. Mehrmals 524 ist immer noch mehr als einmal 586. Das ist wie in meinem Lieblings-JRPG. In Dragon Quest IX, falls das jemand von euch kennt. Wo ich irgendwann geschnallt habe, Moment mal, die Falkenklinge, mit der ich immer doppelt angreife, ist irgendwie besser als jedes noch so starke Schwert. Yes, yes. Irgendwann kommt so der Punkt, an dem man merkt, ein Mehrfachangriff hat es vielleicht. Da muss man doch nicht auf jeden einzelnen kleinen Angriffspunkt achten. Mein Großvater ist nach Süden zum Vulkan gegangen. Der Feuerbär kann jeden Augenblick ausbrechen. Großvater hat gesagt, er wolle sich die Sache ansehen. Hoffentlich geschieht ihm nichts. Ja, wir werden ihm sicher gleich unter die Arme greifen. Der Älteste ist nach Süden gegangen. Er versucht, den Vulkan zu stoppen. Ein unmögliches Unterfangen. Ich sah den großen Drachen nach Süden fliegen. Aus seinem Maul schossen Flammen. Hybrise kommt vom Vulkan und riecht irgendwie seltsam nach Eierpups und so. Was hat er sich bloß dabei gedacht, allein zum Vulkan zu ziehen? Der Feuerdrache lebt auf dem Vulkan. Der Alte denkt, dass der Drache die Ursache für alles ist. Hoffentlich übernimmt sich der Älteste Nächte. Er schließt sich nicht mehr der Jüngste. Ich möchte auch den Feuerdrachen dienen. Ja, Kind, lass das mal lieber. Lass den Feuerdrachen mal den Erwachsenen hier. Huh. Entschuldigung. Generitis. Ganz schwere. Ganz schwerer Fall von Generitis. Wir bewegen uns erstmal Richtung Rosalka. Denn wir haben immer noch ein paar Eisenschwerter, die es zu kaufen gilt. Immerhin wollen Quietscheentchen und Nele noch in die vierte Stufe kommen. Und deswegen selbstverständlich ein paar Eisenschwerter. 64, damit kommen wir hoffentlich hin. So, Quietscheentchen. Von ihrem Poseidon. Ich hätte, glaube ich, gar nicht so viele gebraucht, wenn ich mir das hier so angucke. Ähm, Eisenschwerter. Ja, okay. Wir mussten erstmal zwei Opfern oder sogar drei Opfern, bevor Quietscheentchen überhaupt wieder wusste. Hm, Eisenschwerter können ja gar nicht mal so schlecht schmecken. Aber jetzt entwickeln wir Quietscheentchen erstmal in die vierte Stufe. Vom Poseidon. Zum. Ja. Ja. Neptun. Ah, aha. Okay, wir wechseln vom griechischen zum römischen Gott. Das ist in Ordnung. Das ist sehr in Ordnung. Ähm, Feuerfrucht hatten wir, ne? Feuerjuwel. Feuerfrucht hatten wir. Nicht für diese Stufe. Für diese Stufe hier nämlich. Okay, oder alternativ. Ach, du Scheiße. Quietscheentchen, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich muss es einfach sagen. Ein Aquarius. Du. Ich packe dich ganz schnell weg und werde dich nie wieder aus dem Kapselmonstersack holen. Ich glaube, das ist das Beste, was ich dir tun kann. Also, wow. Wow, das ist, das ist geniales Design. Hui. Ja, ich glaube, ich hätte nicht so viele Eisenschwerte kaufen müssen. Aber, besser man hat mehr als zu wenig. So, die Stufe kennen wir ja auch schon. Für Nede brauchen wir die Nachtfrucht. Brauchen wir für Blue eventuell die Götterfrucht? Oder brauchten wir die für wen anders? Ich habe halt echt keine Ahnung. Also, die Wunderfrucht war es ja nicht. Aber ich probiere es trotzdem einfach. Nee, nicht in der Stufe. Oh, Götterfrucht für Blue. Nice. Und alternativ zum Gargäuel. Digitiert Blue zu einem roten Drachen. Nämlich zu Drachus. Okay. Gut, Freunde. Guckt mal. Also, abgesehen davon. Aber der Rest sieht doch wirklich ganz ordentlich aus. Wir rüsten selbstverständlich wieder Karo aus. Die werden wir bis zum bitteren Ende mitschwören. Und werden dann im Drachenberg, der uns jetzt gleich erwartet, hoffentlich die... die Nachtfrucht bekommen. Weil ich meine, ihr kennt ja die Elementardrachen schon aus der Ahnenhöhle, weil ja jeder von euch dieses 5-Stunden-Video gesehen hat. Und ich meine, diese ganzen Elementardrachen gab es hier auf dem Drachenberg. Genau wissen tue ich es nicht mehr, aber... Guckt mal, da haben wir schon Blutdrachen. Also, die Chance ist gut, dass wenn hier schon ein Blutdrache rumgeistert, dass ich auch irgendwo da drin eine Nachtdrachen finden werde. Der Drachenberg. Einen normalen Eingang haben wir da schon mal. Boah, geht das hier weit? Geht das hier weit an den Rand? Holla! Da haben wir einen zweiten Eingang. Da geht es noch weiter nach oben. Zu einem dritten Eingang. Ach du Kacke, ey. Ja, gut. Und hier kommen wir nochmal? Okay, aber... Nicht sonderlich weit, sondern eher so ein bisschen... So ein bisschen... Okay. Das... Hätten wir geklärt, dass das hier unnütz ist. Gut. Also, wenn wir den Schlüssel haben, müssen wir nach ganz oben. Was haben wir denn hier? Erstmal Kräne. Ja, jetzt haben wir die Kräne. Die, die ich vorhin schon im Kopf hatte. Also, für mich vorhin, für euch in der letzten Folge. Bei den Serfakos. So, und das hier müssen jetzt die Behemoths sein. Die Grianos haben wir weg. Genau, jetzt haben wir Behemoths. Halt ein bisschen mehr aus, aber ansonsten... Auch nichts besonders Spannendes. Da haben wir einen Pfeil, der geht auf diese Tür. Heißt, wir müssen vermutlich den gesamten Pfeil wegmähen, bevor wir in diese Tür da reinkommen. Kommen dann nur zu dem Teil. Wir können hier so ein bisschen um die Venusfliege und den Drachen... So, wir machen das so, 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 so und so. Scheiße! Ich hab den irgendwie total vergessen. Dass man den hier auch noch kaputt machen sollte. So, nur aber. Da kann uns der Pfeil mal. Ein Echo-Ring. Können wir uns ja später mal angucken. Ich hab schon so viele Ringe und Steine gefunden, die ich mir einfach nicht angeguckt habe. Das ist ein bisschen traurig, aber... Sei es drum. Grasdrachen. Euch brauche ich nicht, Freunde. Ich brauche nur Nachtdrachen. Nachtdrachen muss ich ein bisschen grinden. Minus Fliege. Ist in Ordnung. Weg mit euch, meine Freunde. Und jetzt kann uns eigentlich großflächig auch Geld egal sein. Willst du den Aufzug tatsächlich bewegen, musst du was richtig Schweres drauflegen. Also wahrscheinlich hier irgendwas Monsterartiges. Irgendwas wird hier sicher richtig schwer sein. Sicher nicht der Serphaco, äh, der kein Serphaco ist. Sicher nicht dieses Viech. Hier hab ich noch eine Hydra. Okay, Moment. Ich hatte hier schon das Richtige ausgerüstet. Hi, du. Oh, nee. Nein. Nein. Nicht machen. Ich muss nämlich hier runter. Ha, ha, ha. Hä, hä. Okay. So rum war's. Ich hab gedacht, ich müsste... Oh, Powerhydra. Ich hab gedacht, ich müsste den... Ähm... Ich müsste das Vieh irgendwie auf die Plattform unten locken. Das Behemoth oder sonstiges. Aber ich musste das Vieh auf den... Ach, du gute Güte. Wo sind wir hier denn gelandet? Beim Echsenprinz, beim Magmagolem und bei einigen Drachen. Das wird ja witzig hier. Das ist kein kleiner Raum. Ähm... Mach mal Wailer. Oh, sorry. Ich hab wieder einmal zu früh gedrückt. Jetzt mach mal Wailer. Blutdrachen. Interessieren mich nicht? Brauch ich nicht. Brauch Nachtdrachen. Blutdrache. Interessierst mich nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Ja, gut. Oh, Mann. Ich glaube, hier im Drachenberg... Magmagolem. Von mir aus. Hier im Drachenberg erwartet mich auch, glaube ich, ein ziemlich übles Rätsel. Okay. Okay. Habe ich schon mal okay erwähnt? Hätte ich erstmal den Weg nach oben gehen sollen? Weil hier komme ich jetzt nicht mehr runter. Das ist jetzt vorbei. Hallo, Krähe. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, wo ich gerade bin. Muss ich gestehen. Aber... Das wird schon. Nö? Meine Freunde. Meine kleinen, putzigen... Jetzt kommen hier die blauen T-Rex-Fiecher, die so einen seltsamen Namen haben. Genau. Broikon. Ne, Brokion. Der Brokilon. Die... Die Elfen sind auch da. Die Duriaden. Schlüssel. Schlüssel. Okay. Na komm. Oh, das war dumm. Das war dumm. Moment. Seedan sollte eigentlich schneller sein, ne? Schneller als die Viecher auf jeden Fall. Yes. Hat geklappt. So, weg mit euch. Level-Ups nehme ich gerne. Hier noch ein Brokilon. Schüss, Leute. Und jetzt darf ich hoffentlich endlich nach unten. Und lande damit... Hier auf der ersten Etage. Ist das richtig? Ja, ich lande auf der ersten Etage. Okay. Gut. Also könnten wir in der Theorie jetzt schon oben den Schlüssel einsetzen. Das Wichtige ist erledigt. Ach, Krähe. Ernsthaft. Das Wichtige ist erledigt, aber es ist eben noch lange nicht alles erledigt. Und ihr kennt meinen Monk, der wieder mal meint, sich aufspielen zu müssen. Der dann sagt, Ah, du hast aber da das eine Ding noch nicht gesehen. Das musst du dir mal noch angucken. Geh nochmal den ganzen Weg, um dann die Treppe nach oben zu gehen. Das Problem ist, dass dieser Idiot hier vor dem Bildschirm auf diesen Typen hört, der diese nervige Stimme hat. Ähm, komm mal nochmal Champion. So, weg mit dir. Das heißt, ich muss den wieder runterlocken, weil der Fahrstuhl wieder unten ist. Vermutlich, weil ich das Ding verlassen habe. Ich bin ja ganz kurz auf die World Map gekommen. Aber Nachtdrachen haben wir hier noch nicht, ne? Ich weiß, die Nachtdrachen sind auch die stärksten von deren Sorte. Aber trotzdem, noch keiner da. Immer wieder die Powerhydra. Machen hier wieder Frostfee. Frostfee. Wo ist sie denn? Da ist die Frostfee. Und du machst auch die Frostfee. Und dann hauen wir die Powerhydras um. Falsch. Richtig. Hey, du. Nein. Wir müssen leider. Tut mir leid, ich muss gehen. Gut. Der Weg hier nämlich. Es wäre ja eine Schande, wenn ich den hier verpassen würde. Der Weg, der ins Nichts führt. Der Weg, der einfach ins Nichts führt. Ist das traurig. Ist das traurig oder ist das traurig? Ach, Selan. Selan, mach mal Flucht. Das tue ich mir nicht an. Ich gehe da jetzt nicht nochmal zurück. Wir fangen von vorne an. Ich muss hier eh nur in den dritten Eingang gehen. Ist das sad. Na gut, es muss auch mal solche Verarschesachen geben. Hallo Venusfliege. Ich kümmere mich mal um dich, ne? So. Beziehungsweise Artea kümmert sich mal um dich. Die macht das schon. So, Schlüssel wird benutzt. Und jetzt wird es ein bisschen feurig hier. Fangen wir mal damit an, dass wir den hier richtig schieben und dass wir den da richtig schieben. So, jetzt können wir hier weiter und können dann den hier richtig schieben. Das wird jetzt ein bisschen nervig, aber hey, irgendeiner muss es ja tun, ne? Dann sind wir jetzt hier und können damit den Hammer verwenden, um hier rüber zu kommen. So, den Haken, darüber, darüber und erstmal ein paar Schatztruhen mitnehmen. Heilsirup, Superschutzring und Magiepanzer. Gut. Hämmerchen schwingen. Haken. Hämmerchen. Och, das geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, muss ich gestehen. Immer dieses Hin- und Hergeswitche. Verdammt. Verdammt. Ich muss von vorn anfangen. Dadurch, dass ich da jetzt zu den Schatztruhen bin, habe ich gerade, glaube ich, einen Denkfehler gehabt. So, das kommt da rüber. So. Dann gehen wir da rüber. Den packen wir da hin. Aber der hatte nämlich vorher direkt da hin gemusst. Sonst kommt man ja nicht an das Teil hier ran. So, wir haben es aber fast geschafft. Jetzt einmal noch hier rüber. Hätte ich gar nicht mehr schieben müssen. Hauptsache, wir sind auf der anderen Seite gelandet. Magma Golem. Ach, scheiße. Falsche Taste gedrückt und schon hat man Überraschungsangriff auf den Pelz. Ah, Olli wird schon überleben. Der schafft das schon. Der ist hart im Nehmen. Wenn das Gras nicht mehr nachwachsen soll, brauchst du den Feuerpfeil. Mit ihm geht es toll. Scheiße. Ich hasse dieses Rätsel. Freunde, bereitet euch darauf vor, dass das jetzt ziemlich lange dauern wird. Denn wir lassen jetzt Blümchen wachsen. Ja. Und wenn sie zu sehr gewachsen sind. Dann, ähm, schmeißen sie uns raus. So. Drehen. Oh. Vielleicht war das gerade schon ein... Unser finaler Fehler. Na, noch ist alles safe. Ja. Scheiße, ey. So. Die beiden. Der. 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 Oh, ich hab den nächsten gleich mitzersägt. So. 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 Wie zur Hölle soll ich das tun? So. Drehen. Schießen. Schießen. Das war dumm. Das war dumm. Ich hatte gerade die Reihenfolge irgendwie nicht mehr im Kopf. So. Der. Der. Nächstes der. Hochdrehen. Den kaputt machen. Jetzt kommt der Kollege. Das ist schon mal ein guter Anfang. Jetzt kommt der da. Der nächste. Nein. Ein Weg zu. Einen Schritt zu weit gemacht. Oh. Ich hasse dieses Rätsel. Hab ich das mal erwähnt? Noch nie, ne? Dann wird's mal Zeit. Boah. Ich hasse dieses Rätsel. Dafür ist es jetzt wirklich schon zu spät. Das hacken wir klein. Hier gehen wir hoch. So. Hack. 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 Oh. Puh. Kack-Rätsel. Ich hasse es. Man fühlt sich gut, wenn man es geschafft hat. Aber es ist trotzdem scheiße schwer. Und jetzt kommt das größere Problem. Denn hier haben wir. Ein interessantes kleines Wändchen. Wenn ihr euch das anschaut. So. Machen sie aber ganz einfach. Oh. So viel zu ganz einfach. Tja. Also mit dem Hammer ist hier nichts zu holen. Ich brauche noch eine danach. Das bringt mir nichts. Okay. Wenigstens die Tür habe ich auf. Gut. Theoretisch könnte man hier jetzt glaube ich einfach nach unten. Und das härteste Rätsel in Lufia ist eins der beschissensten Rätselarten. Die ich kenne. Die ich so überhaupt nicht leiden kann. Fucking Schieberätsel. Tja. Wie ist es das schwerste Spiel der Welt? Willst du es mal versuchen? Klar. Ich erkläre es dir. Du musst die Platten mit den Schadztruhen nach vorn manövrieren, indem du verschiedene Platten bewegst. Drücke den A-Knopf, um die bewegbaren Platten sichtbar zu machen. Benutze das Steuerkreuz, um die Platten zu bewegen. Wenn du aufgeben willst, setze den Zauberursprung ein. Das Spiel ist sehr schwer. Doch ich bin sicher, du wirst es schaffen. Ja, ich werde es auch schaffen, weil ich mir den Guide anmachen werde, wenn ich es nicht schaffen sollte. Ah, diese Musik, ey. Diese Musik. Da habe ich jetzt schon Hass drauf. Du, 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 du. So. Das kommt hier runter. So. Okay. Guck mal, hab gewonnen. Hat viel gebracht, ne? Ja, finde ich auch. So. Und? Habe ich schon? Ja, ne? Also es ist eigentlich fast durch soweit. So. Wenn ich das jetzt da hinschiebe, habe ich genauso viel gekonnt. Das bringt einfach gar nichts. Okay. Wenn ich das hier so mache, kann ich eventuell den da rüberschieben und den... Ich hasse dieses Ding. Ich habe mich jetzt schon festgefahren. Ich fange nochmal von vorne an. Erinnert ihr euch, was ich bei der Szene mit dieser leichten... Ähm... ...als es quer durch die ganze Zeit ging? Wo es so ein kleiner Zeitraffer des Jahres, nachdem Gardis besiegt wurde, gab? Erinnert ihr euch daran? Ähm... Ja. Ich sagte ja, die Musik, die wird uns noch traumatisieren. Genau das hier habe ich gemeint. Ich bin auch schon traumatisiert. Kann ich euch sagen. Da habe ich mal jedes Mal wieder dieselben Fehler. Es ist ganz traumhaft. Das sieht bei mir jedes Mal immer gleich aus. Der Anfang. So. Ja, es bringt halt einfach nichts. Es bringt halt einfach nichts. So. Äh... Nehmen wir mal das da raus. Holen wir mal das da raus. Und holen den da auch noch mit runter. So. Dann können wir die hier mit nach oben holen. Nein, das bringt nichts. Das bringt einfach nichts. Ich kann ja die hier rüber setzen. Dann setze ich den hier rüber. Dann setze ich die da rüber. Dann setze ich den da hin. Und dann komme ich mit dem hier um die Ecke. So. Guck mal. Das sieht doch schon... Das sieht doch schon anders aus als gerade eben. Nicht viel richtiger, aber anders. Oh. Oh, Leute. Sieht gut aus. Das sieht aus, als wäre es gar kein allzu verkackter Start. Möchte ich meinen. So. Jetzt... Jetzt geht's in die nächste Runde. Jetzt geht's in die nächste Runde. Jetzt geht's in die nächste Runde. runter. Okay. Bringt nicht so viel. Möchte ich jetzt am klügsten weiter. Ich hab das Ding da so schön drapiert. Ich muss irgendwie schaffen. Okay. Vielleicht ist das gar nicht mal so doof. Probieren wir mal hier so den hier. Und den hier wieder zurück. Das bringt nix. Das bringt nix. Dieses Rätsel ist so kacke. Ich hasse es so sehr. Aber guckt mal. Guckt mal. Das sieht doch gar nicht... ...so abgrundtief gut aus. Oder? Ich hab die Dinge jetzt nur getauscht. Das bringt mir alles nix. Ich kann die Teile hin und her schieben, wie ich drauf Lust habe. Aber das bringt mir alles nix. Das ist alles sinnlos. Das Ganze ist ein sinnloses Unterfangen hier. Ich glaube, es war schon mal gut, dass ich... ...dass ich das Ding da oben habe. Das war ein guter Start. Aber ich hab genauso schnell nachgelassen, wie es gut losging. Vielleicht ja so, so, so. Und dann häng ich fest. Das ist doch gut. Gut. Wenn ich das so in die Ecke packe. Und das hier rüber. Aha. Guckt mal. Jetzt geht's schon einen Tacken weiter. Nicht wirklich gut. Aber es geht weiter. So. Bin ich wieder bei der Ausgangsposition gelandet. Es ist doch zum Mäuse melken. Es ist doch einfach zum Mäuse melken. Ich weiß auch nicht, wie man Mäuse melkt. Ich weiß nur, dass es dazu ist. Tja. Freunde. Es ist an der Zeit für mich. Es ist an der Zeit für mich. Dass ich mich geschlagen geben muss. Es tut mir echt leid, euch das mitteilen zu müssen. Aber ich bin leider nicht so gut in diesem Rätsel. Das heißt... So. So. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. So. Wo haben wir es denn? Schwerstes Spiel. Okay. Ja, dann lass uns das doch mal anschauen. Wir haben... Ich weiß gar nicht. Ich muss gerade mal schauen, inwiefern das mit uns ungefähr übereinstimmt. Das haben wir da, das haben wir da. Das Bild stimmt mit uns ziemlich gut überein. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, das heißt, ich muss als nächstes... Als nächstes... Freunde, falls ihr keinen Bock mehr habt, ne, dann macht ruhig aus. Ich muss es als nächstes irgendwie schaffen. Und das sollte nicht allzu schwer sein. Der muss da hin. Der muss da hin. Und die hier müssen noch getauscht werden. Moment. Ich glaube, ich bin hier gerade schon einen guten Schritt weiter. Oder? Ne, bin ich nicht. Ich muss irgendwie versuchen, die Kleinen da hochzukriegen. Und dafür ist der da, der da. So. So. Jetzt haben wir das schon mal so weit. Und das kommt da runter. Und der kommt da hin. Dann kann der dorthin. Und die beiden können Richtung da oben. Das war, glaube ich, eins zu viel. Das war schon wieder zu weit gedacht von mir. Ich mache nicht so weit. Gut. Das minimiere ich eben. So. Die Platten sind da oben. Und da haben wir die drei dort. Wir müssen erst alle auf die rechte Seite. Ach so. Von dem muss ich die noch rüberkriegen. Hier ist immer noch dieses Tropfen. Das irritiert mich total. Das irritiert mich richtig. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Also ich muss noch mal hier zurückrudern. Denn ich brauche erst mal die auf der Seite. Hä? Muss mir das, glaube ich, auf dem Handy aufmachen. Jetzt kriege ich das, glaube ich, hier nicht hin. Okay. Okay. Tja, ich bin schon wieder überfordert. Fällt vielleicht auf. Oh, ich muss mir das auf dem Handy aufmachen. Ich würde euch das eigentlich zeigen. So ist es nicht. Aber es ist halt nicht einfach. Moment, wende ich mir das. Oh ja, das ist vielleicht gar keine doofe Idee. So. Ja, das ist die Idee. Gut. Wir haben... Welches Bild habe ich denn gerade? Ich habe gar nichts davon. Das ist das Problem. Ich habe einfach gar nichts davon. Es ist gut, dass ich hier schon mal so ein bisschen damit angefangen habe. So. Und das gehört hier auf die Seite. Und die gehören alle darunter. So. Aber wie ich das jetzt machen soll, weiß ich auch nicht. Ich kann höchstens sagen... Moment. Ich tausche die hier eben. So. Damit die... Ich muss, glaube ich, nochmal von vorne anfangen. Ich hoffe, dass hier irgendwie verbaut. Und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Ich weiß es absolut nicht. So. Ich mache nochmal den hier. Na, das bringt ja auch nichts. Bist du was, Freunde? Ich fange nochmal von vorne an. Das ist mir jetzt sowas von wurscht. Das ist mir jetzt sowas von wurscht. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Wir nehmen das und packen das so hin. So. 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 Und so. Dann kommt der da runter. So. Das ist das Bild. Supi. Dann kommt der da rüber. Und das kommt hier so rüber. Okay. Als nächstes kommt der da runter. Perfekt. Jetzt kommt der da rüber. Der da hin. Alle anderen gehen eins weiter. Und der kommt da runter. Jetzt kommt der da hin. Der da hoch. Der da hin. Jetzt rutscht der da rüber. Der rutscht da rüber. Der da hin. und die beiden nach drüben. Und die beiden nach drüben. So. Das waren die Bilder. Und jetzt kommt der hier runter. Moment. 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 Ich war zu voreilig. Nein. Nein. Ey. Du kommst da rüber. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Und du kommst rüber. So. Als nächstes. Nein. Wandert der da rüber. Und wir machen das hier. Okay. Next one ist, dass der da rüber kommt. Der kommt da hin. Der kommt da so hin. Okay. Ne. Der ist da schon. Dann kommt der da. Der da. Der da rüber. So. Jetzt holen wir den da nach unten. Den holen wir da rüber. Und packen erstmal das nach oben. Mit dem. Und dem hier. Gut. Jetzt kommen die nach unten. Die kommen nach links. Hallo. Die kommen nach links. Der kommt nach oben. Und die kommt da rüber. Jetzt kommt einer da hin. Ihr beiden kommt runter. Der kommt da rüber. Und jetzt machen wir noch den hier. So. Dann verabschiedet sich der nach unten. Der geht nach drüben. Der nächste Schritt. Verschwinden die hier. Und liegen jetzt so. Nächstes kommt der da hin. Der kommt runter. runter. Und die beiden. Kommen nach da oben. So. Die beiden kommen nach da oben. Die beiden kommen nach da oben. Dann. Von der Position aus. Von der Position aus. Ach so. Ja so schwer ist das gar nicht. Ich bin nur zu blöd zum gucken. Das kommt da rüber. Das kommt hier rüber. Und die tauschen Plätze. Gut. Dann kann der wieder zurück rutschen. Und die müssen wieder zurück rutschen. Jetzt sind die schon mal da oben. Und wir können die hier auf die andere Seite packen. Dann kommt das da hin. Das kommt runter. Und die können wir nach da hinten buxieren. Gut. Nächster Schritt ist ziemlich einfach. Nämlich kommen einfach die nach oben. Das hier geht nach da drüben. Das geht da rüber. Als nächstes machen wir das hier. Schieben den rüber. Holen die beiden nach unten. Packen den nach oben. Holen den rüber. Das da hin. Das da hin. Die beiden Dinger nach drüben. Rüber. Rüber. Hoch. Weg. Und es ist da. Holy. Fuck. So. Ich weiß, die Folge ist jetzt viel zu lang gewesen. Aber ich wollte den Lösungsweg mit dabei haben. Glückwunsch. Du bist wirklich ein schlauer Kerl. Ja, danke. Ein Megaschild. Eine Götterrobe. Ein Legendenhelm. Und ein Echsen-Echs. Klingt auf jeden Fall wie eine Waffe, die gut gegen Drachen ist. Freunde, das war das schwerste Rätsel in Lufia. Ui. Dafür ist es einfach wirklich schon zu spät gewesen. Ich habe das auch noch nie ohne Anleitung gelöst. Muss ich leider Asche auf mein Haupt. Muss ich eingestehen. Ich habe es noch nie ohne Anleitung gelöst. Aber dafür gibt es ja zum Glück die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die man im Internet finden kann. Und ja, jetzt habt ihr dieses Rätsel wenigstens auch gesehen und wie man es löst. Aber ich wollte es mir nicht nehmen, wenigstens da fünf Minuten dran rumzuprobieren. Und ich glaube, ich war ja wirklich gar nicht auf einem so schlechten Weg, bis auf die Tatsache, dass ich mich dann zwischendurch so festgefahren habe. Aber hey, Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, ob die Waffen und die Ausrüstungsgegenstände allgemein geil sind, die wir gefunden haben. Und dann werden wir mal schauen, ob der Drache hier im Vulkan, im Drachenberg, wirklich dafür sorgt, dass der Vulkan ja bald ausbricht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschaui!